Wien ist wunderbar, wenn es nicht gerade im Stau versinkt. Wenn es in der Stadt staut, wird das Auto oft zur zweiten Wahl. Das heißt aber jetzt nicht, dass man Roller fahren muss. Nein, man will Roller fahren. Ich habe dafür heute zwei Gründe. A strahlend blauer Himmelsuperwetter und den Honda Forza 125. Und Hondas Edelroller für den zweirädrigen Autofahrer mit Anspruch hat eine Überarbeitung bekommen und eine Special Edition. Und was die kann, das schauen wir uns jetzt genauer an. Mattgraue Lackierung, Details in laszivem Rot, so lassen wir uns einen sportlichen Roller gerne gefallen. Der lange Radstand gibt dem Zweirad eine gestreckte Silhouette, die nicht nur optische Wirkung hat, sondern auch dem Lenker zu einer angenehmen Sitzposition verhilft. Man kann mit Fug und Recht behaupten, der Forza 125 war immer ein sehr, sehr stylischer Roller, aber die 2023er Version, die setzt noch einmal einen oben drauf. Denn die Front hat jetzt viele Elemente vom Dampfhammer Forza 750 übernommen. Schaut sich das einmal an, die Doppel-LED-Scheinwerfer vorne und hinten ist auch noch einmal LED. Der Forza ist hondatypisch sehr gut verarbeitet. Details wie die schwarzen Sozius-Fußrasten und die Edelstahl-Applikationen im Fußraum runden den guten Qualitätseindruck ab. Der Forza 125 versprüht echtes Premium-Feeling und weiß abseits dessen auch im täglichen Betrieb zu begeistern. Das ist der Honda Smart Key und der ist wahnsinnig praktisch im Alltag, denn man kann ihn eingesteckt lassen und trotzdem den Forza starten, Tankdeckel sowie Sitz öffnen und auch die optionale Honda Smart Box bedienen. Die wäre dann hier montiert und fast 45 Liter. Natürlich hat der Forza auch abseits der Smart Box viele Verstaumöglichkeiten. Als guter Alltagsbegleiter braucht der Forza natürlich Stauraum. Dann machen wir auf, Schlüssel los, weil er Smart Key. Und wir sehen, wir bringen locker zwei Vollvisier-Helme rein und auch ein bisschen Krimskrams, wie zum Beispiel der Einkauf, der hat da Platz. Die zweirädrige Freiheit beschränkt sich aber nicht nur auf alltägliche Transportaufgaben. Ein guter Roller ist durchaus für die eine oder andere Feierabendrunde gut. Auch wenn diese nur dem eigenen Vergnügen gilt. Dabei hilft die gute Ausstattung des Forza. Rauf! Am ersten Blick wirkt der elektrische Windschild ein bisschen wie eine Spielerei. Aber spätestens, wenn man ein bisschen flotter unterwegs ist, merkt man einfach dieses Mehr an Ausstattung zu schätzen. Weil ab 60, 70, da spürt man den Wind wirklich, bis man eben den Windschild hochfährt. Der Motor mit namensgebenden 125 Kubikzentimetern hat 14,5 PS und spielt seine Stärke in der City perfekt aus. Weil er einen starken Durchzug zwischen 40 und 60 kmh hat. Also in dem Bereich, der für die Stadt so wichtig ist. Die Traktionskontrolle hilft beim Beschleunigen auf rutschigem Untergrund. Das ABS beim Bremsvorgang. Beide Systeme gehören zum Serienumfang. Beim Verbrauch gibt sich der Forza wirklich genügsam. Keine zweieinhalb Liter braucht er auf 100 km. Und das ist auch ein Verdienst des sehr gut funktionierenden Start-Stopp-Systems. Und so kommt er mit einem Tank fast 500 km weit. Und dank dem ausgewogenen Fahrverhalten, das sich aus der guten Fahrwerksabstimmung und auch dem langen Radstand kombiniert, fährt man den Forza 125 tatsächlich auch gerne auf längeren Strecken. Dynamisch in der Kurve und stabil auf der Geraden. So soll es sein. Mit dem Führerschein Zusatz B111 kann man auch als Autofahrer Leichtmotorräder bis 125 cm³ lenken. Ohne Motorradführerschein. Und ganz ehrlich, bei so einem Wetter, bei so einem wolkenlosen Himmel, da macht es einfach eine irrsinnige Gaude, mit dem Zweirad unterwegs zu sein. Und wenn man an den 125er-Roller hohe Ansprüche stellt, dann sollte man sich den Honda Forza genauer anschauen.